Hallo und herzlich willkommen. Es ist noch ein paar Sekunden Schöpfe. Ich muss bei der Folge noch mal wieder. Es ist noch ein bisschen, ich habe schon ein bisschen. Hm, ich weiß nicht. Machen wir da mit der Farbe. Das war's. Wir haben hier mit der Farbe. Vielen Dank. Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 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 Damit ich fail. Richtig. Also es ist jetzt über 30. Achtung von der vierten. Dann bin ich eigentlich auf der Kasse. Das ist ein Mittelmeister. Das ist mittelmässer. Das ist mittelmässer. Das war die ITER heute in Folge. Ich hoffe, das war das, was ich heute in Folge habe. Ich hoffe, das war das, was ich zu sagen habe. Das ist ein zweiter Mal. Jetzt in meinem Alter. Ich meine Zeit nach dem Geld. Oh, gosh.